Was geht ab, Freunde? Guten Morgen. Ich bin gerade aufgewacht. Wir haben heute den 20.04. und ihr wisst, was für ein Tag das ist. Heute wird ein großer Tag auf jeden Fall. Jetzt nicht in dem Sinne, sondern ich werde euch heute wissen, durch meinen Tag mitnehmen. Ich habe gleich erstmal Schule. So eineinhalb Stunden, ganz kurz. Da nehme ich euch vielleicht nur so ein bisschen mit. Aber danach gehe ich auch skaten. Und ja, das war's dann hier mit dem Intro. Wir sehen uns dann ein paar Clips später. So, Freunde. Ich bin jetzt im Auto ab zur Schule. Hinten Skate-Pro reingepackt. So, wir sind jetzt angekommen. Komm, wir haben jetzt keinen Tag. Oh, es ist jetzt ein bisschen rein, oder? Auf dem Räten schon. Okay. Das ist aber jetzt richtig steasy. No, es ist ein wenig. Okay. Das ist irgendwie nicht so. Naja, irgendwie nicht, ne? Das ist so Yellow-Framse-Eck, ne? Ja. Ich fände das zusammen. Oh, du sowas. Nein, fahren war schon ein guter Call, ey. Maybe will es, das krieg jetzt. Oh, ey. Das wächst immer noch. Mit Ansage, 50-50-Stoll, Oli und dann wieder runter. Oh, Mann. Und das ist, dass ich das so hin, mit dem Oli, aber ich kriege die 50-50-Stoll immer nicht hin. Was auch wichtig ist, da ist Wachs drauf von irgendeinem Typen. Und das nervt. Ich will mal den Kämpfen jetzt ausprobieren, wenn man so baut. Was ich jetzt ausprobieren, ist ein Trick, den ich schon mal geschafft habe. Ein Half-Clip aus der Bank raus. Hier ist ein K***-Clip, aber den will ich nochmal schaffen. Ich mache eine Challenge, guck. Guck, Challenge, Freunde. Wenn ich den jetzt lande, müsst ihr alle das Video liken, okay? Also, wie ihr gesehen habt, habe ich den 50-50-Stoll und dann Oli nicht geschafft. Also da hinten nicht, aber ich versuche das jetzt hier vorne. Ein bisschen einfacher, mal gucken, vielleicht schafft er hier. Zugegeben, mir wird echt schwindelig. Okay, Freunde, ich habe ein neues Ziel. Und zwar, ich muss hier erstmal hochlaufen. Ich will jetzt loben. Ich glaube, der heißt Willy Bryant machen. I don't know, ob der so heißt. Das nächste, was ich mache, ein, äh, ein Pre-Sixi. So, Freunde, ich habe den Scooter geklärt. Und jetzt kommen ein paar Scooter-Clips. Kappa. Ich sitze wieder im Auto und das war es dann mit dem Vlog. Ich hoffe, ich hoffe, dein Vlog hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da auf diesem Video, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt. Und ciao.